Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind hier mit unserer süßen Melody, die vor dem Kinderhauspuppen-Dingsi sitzt. Oh, es hat schon wieder ein Objekt gestohlen, was auch immer das soll. Leute, ich habe euch etwas mitzuteilen. Ich habe heute jemandem meinen Haarordner gesendet, was sehr, sehr anstrengend war und sehr viele Komplikationen mit sich hatte, mit sich gebracht hat. Und auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass ich alleine an Haaren 19,4 GB habe. Und ich war dann ein bisschen gespannt, wie viel ich denn jetzt insgesamt mittlerweile habe. Und es sind 30,2 GB. 30,2! Ich bin nicht süchtig. Nein, ich doch nicht. Und was noch ist, ich habe, ich glaube, mein Problem gelöst bekommen mit dem, Oh mein Gott, das ist immer überlastet, wenn ich aufnehme, weil ich ja auch mal eben 400 bis 500 GB gelöscht von meinem PC. Das macht ganz schön was aus. Mein PC ist wie neu. Also ich finde auch, das Spiel ist viel flüssiger jetzt und so. Und ja, vielleicht sollte ich das einfach mal regiermäßiger machen. Wir wollten uns einen Typ suchen, weil wir haben ja keinen mehr. Deswegen, Melody's Ruf ist jetzt großartig. Wieso ist das schon wieder gesunken? Also noch vom letzten Mal. Ich weiß, aber wieso ist das jetzt gesunken? Es ist nur nichts passiert. Oh, jetzt ist es wieder höher. Hä? I don't get it. Auf jeden Fall wollten wir einen Typ haben. Und an dich habe ich keine Lust, so weit zu laufen, to be honest. Oh, das ist ein Magier, ne? Oh. Oh. Hallo, ich möchte mit dem reden. Kann ich mit dem? Ich setze das Objekt zurück. Hallo. Ich würde gerne mit dir reden. Can you come? Yeah. Objekt zurücksetzen. Oh, ne. Dann landet der wieder auf der Bahn. Das bringt mir nicht so viel. Ich will mit dem... Komm da runter, Junge. Ich will dich. Und nur dich. Zumindest heute. Danach bist du mir wieder egal. Aber... Ich gucke jetzt die ganze Zeit hier hin und maulze ich 24-7. Ich achte halt nicht auf die Kinder, weil die... Die haben eh nichts zu tun im Leben. Also, Muddy kann das hier noch reparieren so, aber... Ja, sonst haben die nichts zu tun. Ich möchte doch nur mit dem ballern. Oh, Mann, oh. Ich finde es so schön, dass wir durchs Reparieren Einflusspunkte bekommen. Weil... Das macht mich sehr glücklich. Weil es ist sehr einfach, dann Einflusspunkte zu bekommen. Denn, ja. Wir möchten natürlich hier beeinflussen, dass wir hier freie Liebe wählen können. Apropos. Wir können noch abstimmen. Wir können noch abstimmen. Wir können noch abstimmen. Wenn wir dabei sind. Let's go. Weil das war ja sehr knapp und ich möchte unbedingt freie Liebe haben. Bitte. Das brauchen wir. Das ist wichtig für diese Challenge. Hier. Wenigstens einen muss ich noch da reinkloppen. Wo ist er hin? Nein. Wow. Da guckt man zwei Sekunden nicht hin und er geht einfach. Was ist sein Problem eigentlich? Ich seh das nicht ein. Ich teleportier ihn hier hin. Ich will jetzt von ihm ein Kind. Weil ich glaube, der lebt in dieser Unterwelt da von Glimmerbrook. Und ich weiß nicht, ob wir da als Nicht-Magier hinkommen. Ich glaube nämlich nicht. Deswegen. Ja. Wir versuchen uns einfach, ihn jetzt hier hin zu teleportieren. Die Olle ist auch da. Gerade bei uns. Oh, Birgum, ist das Schnurrhaar. I love you. Ich habe schon mehr vergessen, wie der heißt. Oh mein Gott. Was könnte dauern? Was ist das für ein Name? Wer ist das? Und vor allem immer zwischendrin so voll die krassen hier Beziehungen und so. Oh Mann. Ich glaube, er ist es, oder? Ich drücke einfach drauf. Bitte. Ja. Oh mein Gott. Ich will Magierkinder haben. Wie cool wäre das? Warte. Wir stellen uns hier auch direkt bezaubernd vor. Last Exception. Halt's Maul. Hallo. Was machst du denn hier? Mensch. Oh, dann können wir unser Container-Baby zeugen. Ich bin auch so durch einfach, ne? Wir müssen ihn doch nicht mal hier betören. Er ist direkt schon so richtig in love mit uns. Also ich meine, wir wären nicht in love mit Melody. Ich meine, sie ist schon eine zuckersüße Schnitte. Und dann, ja, können wir denn jetzt schon? Sind wir schon bereit dafür? Nach Kick wühlen? Okay, ich habe das wirklich noch nicht gesehen. Ich habe... Nach Kick wühlen. Ich wusste, dass da was anderes steht, aber nicht was. Also ich finde es prima. Nach Kick wühlen. I love it. Oh, ich glaube, ihm geht es gerade nicht so gut. Stirbt er mir jetzt weg? Das wäre ja ziemlich lustig, to be honest, aber... Solange ich ein Kind von ihm kriege, ist alles okay. I love it. Das Kind so, ich wisch ja da hinten schön alles auf. Und die so, der Container ist ein schöner Platz für ein täglich der Mächte. Oh, yes. Okay, es reicht jetzt auch langsam. Übertreibt es nicht. Hallo? Oh, wow. Seid ihr fertig? Oder was geht bei euch? Oh. I love it. Es sieht wieder normal aus. Ich möchte unbedingt ein Foto haben. Das brauchen wir für unser Leben. Warum seid ihr nicht andersrum? Das wäre dann besser fürs Thumbnail. Aber ich glaube, so reicht auch. Ich möchte auch das so haben. Danke. Für mich selber einfach. Auch wenn ich das dann nicht als Thumbnail nutzen kann. Aber... Ja. Da haben wir dafür Einflusspunkte bekommen. Dass wir im Container ein Techtel-Mächte hatten. Dieses Spiel macht mich fertig, ne? Melody ist nicht schwanger. Stopp. Das müsst ihr jetzt nochmal machen. Das sehe ich nicht ein. Ich wusste nicht mal, dass Teenager mit Spielzeug spielen können. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Okay. Jetzt muss es aber geklappt haben. Komm ran. Komm ran, Junge. Yes. Yes. Warum steht da Orangensaft? Danach können wir ihn auch nach Hause schicken. Guckt euch diese Leiste an. So Freundschaft. Und so ein Romantikbalken. Oh mein Gott. Hat sie eine Zahnlücke? Oh. Dann passt das ja sogar wirklich mit dem einen Zahn verloren. Ich dachte, das wäre nur ein Mutlet. Oh mein Gott. Ist das süß. Ich liebe diese Mott so sehr, ne? Können wir darüber reden? Level 3. Easy. Der Geist macht hier gerade alles kaputt. Aber eigentlich finde ich es gar nicht so bad. Weil wir kriegen jetzt ja Einflusspunkte, wenn wir Sachen reparieren. Und dann nehme ich das gerne. Jetzt redet sie auch noch mit ihrer toten Schwester. Mut. So, Reste nehmen, Fräulein. Und dann kannst du ganz viel reparieren. Und Einflusspunkte sammeln. Das ist nämlich das Einzige, was wir wollen hier. Was? Warum ist er ein Schweinchen? Mein Körper ist furchtbar. Was ist mit Melodies Figur passiert? Wegen Schwangerschaft. Okay. Ich dachte schon. What the fuck. Also, nee. Na Theo, wie viel Bock hast du heute? Oh, Junge. Warum furzt er immer? Ich wollte gerade sagen, wie viel Bock hast du auszuziehen? Ich habe auf jeden Fall Riesenbock, dass er auszieht. Weil er furzt mir ja alles voll. Was soll das? Jedes Mal. Weil er chaot ist wahrscheinlich. Aber trotzdem. Und ihr seid doch auch auf einem guten Weg, ne? Ja, eher weniger als sie. Aber könnte noch was werden eigentlich. Ich glaube an euch. Oh, was mir übrigens noch einfällt, was ich hier platzieren wollte. Ich wollte von Luxusparty-Accessoires, wollte ich so einen Tisch platzieren. Wo man sich dann einfach immer Essen einfach nur kaufen kann. Und dann ist alles supi-dupi im Leben. Hier, so einen Bankettisch. Ja, ich weiß noch nicht genau, wo ich den hinstellen soll. Aber eigentlich haben wir nicht so viel Platz. Aber es ist schon ganz nice, sowas zu haben im Leben. Ich glaube, der Schreibtisch muss woanders hin. Weil dann könnte man das einfach hier so in die Ecke stellen. Und dann könnte man sich da halt immer was zu essen holen. Vor allem ist das für die Kleinkinder ganz gut. Und ich meine, wir haben eh genug Essen. Ganz im Ernst. Wir haben genug Essen! Wir haben genug Geld! Wir haben einfach zu viel Platz. Das Haus ist doch ein bisschen sehr klein geworden, to be honest. Ideen benutzen wir eh nicht. Weg damit. Jetzt ist das im Inventar gelandet. Was ist das mit dem Inventar? Warum ist das komplett leer? Ach, weil ich da Luxus-Party angegeben habe. Ich dachte schon, also hä? Ja, 96.000. Also kannst du mir nicht sagen, dass wir irgendwie Geldschwierigkeiten hätten. Deswegen wächst sie ja nur noch, um ihre Fähigkeit hochzumachen. Aber an sich kaufen wir uns dann das Zeug da hoch. Hier. Weil ich meine, das kostet alles servieren an 250. Easy. Hier, er geht jetzt alles servieren. Und dann kann sich das Kind hier direkt was zu essen gönnen. Fleißig lernen bitte. Denn ihr könntet alle befördert werden, in Anführungszeichen. Und das wäre das perfekte Outcome für heute. Wer ist sie denn? Kate Witherspoon. Ah ja. Der heutige Pass wurde zugestellt. Wie immer. Unsere Rechnungen sind so mickrig geworden, seitdem wir hier, seitdem das Dings war, ne? 462, ey. Da vorhatten wir mehrere Tausend bezahlt. Ich weiß nicht. Ich halte nicht so viel davon, dass das so viel krass weniger geworden ist. Deswegen werden wir nie wieder Geldprobleme haben. Ganz, also, davor auch schon nicht, aber jetzt erst recht nicht. Dann hatten wir ja gesagt, dass unser Girl mal wieder angeln gehen könnte. Und es ist Winter. Deswegen geht's nicht. Ah, sonst hätte ich sie jetzt angeln lassen. Weil wir wollten sie ja überall auf Level 10 bringen. Und das gehört natürlich dann auch dazu. Weil wir da auch schon auf Level 6 sind. Weil wir ja am Anfang ganz viel geangelt hatten. In Windenburg noch. Ach ja. Ist schon ziemlich lange her, ne? Ich meine, so grundsätzlich merkt man es ihr gar nicht an, dass sie jetzt ja eine Erwachsene ist und keine junge Erwachsene mehr. Aber ich finde es trotzdem so krass einfach. Wie gesagt, noch 10 Kinder, dann kriegt sie ihr Umstyling. Und dann wird sie auch nochmal ein bisschen älter aussehen. Weil ich meine, die Frisur etc. und ihr Outfit sieht halt schon noch sehr jung aus. Und, ähm, ja. Mal gucken, was wir dann aus ihr machen können. Ob sie einfach mal einen richtigen Mami-Look kriegt. So richtig, richtig. Fände ich cool auf jeden Fall. Ich denke, diesmal wird sie dann kein neues Tattoo kriegen. Weil sie jetzt ja zum Geburtstag sich ja nochmal eins machen gelassen hat. Vorher. Oh, er sieht auch ein bisschen wild aus. Was? Was? Also das Outfit geht sogar. Ausnahmsweise. Aber ich würde so einen Bart nicht zu so einer Frisur tragen. Jem das Seine. Ich akzeptiere ihn. Shingo Sasaki. Aber, ähm, ja. Wäre jetzt nicht meine First Choice. Ah, Schulprojekte. Nice. Für die Nächsten dann. Weil ihr seid doch jetzt alle eins. Yes. Also ich meine, die beiden, die können das ja dann auch machen. Wenn sie dann Teenager sind. Aber, ja. Deswegen werde ich jetzt zuallererst die Schulprojekte auspacken. Immer diese Kuchen, die gegessen werden. Das heißt, wir müssen nochmal eben einen neuen machen. Aber er kann ja schon mal das auspusten. Und kann dann schon mal Bye-Bye sagen. Bye-Bye, liebe Welt. Alles Gute zum Geburtstag. Udi. Zeig mir, wie du älter bist. Und was für ein cooles Merkmal du jetzt noch kriegst. Denn du bist... Uh, Öko-Fanatiker. Was sind das für Punkte? Ich verstehe es nicht. Warte, kann er noch abstimmen? Geht das noch? Ist das noch... Nice. Achso, nein. Das sind ihre Punkte. Aber hat er Punkte? Hat er Punkte? Nein. Okay, sonst hätte er abstimmen können. Das wäre cool gewesen. Aber hat er leider nicht. Deswegen kannst du ja eigentlich dann schon gehen, ne? Tschüss. Die Kiddos, die beiden, die werde ich dann auch privat umstylen wieder. Weil wir leider keine Zeit mehr haben. Ich werde die jetzt nur noch altern lassen. Und dann ist er schon wieder vorbei. Das liegt zur Zeit immer ein bisschen doof. Ich weiß, aber... Dafür können die dann noch viel cooler aussehen, Leute. Wieso stiehlt er zur Zeit immer alles? Was ist denn sein Problem? So, dann hat er sie Geburtstag, würde ich behaupten. Alles Gute zum Geburtstag. Sie ist ein Snob und möchte Profischauspielerin werden. Und dann darfst du dir auch noch etwas wünschen. So, und du bist ein Hitzkopf und Öko-Innovator. Aber gut, dann würde ich an der Stelle auch sagen, dass es das war. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.